Die Runde ist eröffnet, PSG hat angestoßen. Tor für PSG, Treffer Nummer 1, also hier im Endspiel der Wafer Champions League. Mbappé, Mbappé, und vor, ein gutes Tor, er stand massiv unter Druck, aber er bleibt ruhig. Enorme Entfernung, der Ball knallt ans Aduminium. Goretzka, den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Thiago, was für ein Schuss, ein Traumtor. Damit konnte man nicht rechnen, dass er hier trifft, unglaublich. Ich bin nachdem, dass wir die Runde nicht verletzen können. Aber ich bin nachdem, dass wir die Runde nicht verletzen. Ich bin nachdem, dass wir die Runde nicht verletzen. Bis zum nächsten Mal.